Die einzige Möglichkeit in Hypixel Skywalk Bits zu bekommen ist, wenn man Cookies konsumiert, also Booster Cookies und entsprechend seinem Family Level bekommt man dann über die Zeit hinweg Bits zugeschrieben. Und diese Bits, die können wir ausgeben im Community Center drin in unserem Bits Shop, den ich euch schon mal vorgestellt habe in einem frühen Video. Und heute wollen wir hier in diesem Bits Shop einfach mal darüber reden, welche Items sich dann wirklich lohnen für die Anzahl Bits oder welche Items hier dann wirklich auch die sinnvollsten sind. Kurz, wofür sollte ich meine Bits ausgeben? Und hier kommen wir wieder mal zu einem Punkt, wo wir eigentlich sagen können, dass Skywalk nicht unbedingt Pay2Win ist. Weil ja, okay, man braucht die Booster Cookies, die man sich für Gems kaufen muss, um Bits zu bekommen. Man kann die Booster Cookies allerdings auch mit Coins, zum Beispiel im Bazar kaufen. Und auch die ganzen Items, die es im Bits Shop gibt, auch diese kann man im Auktionshaus verkaufen. Also man braucht auch gar nicht unbedingt Bits, um überhaupt an die Items, die man im Bits Shop kaufen kann, zu kommen. Man kann das auch ganz normal mit herkömmlichen Skyblock Coins machen. Beispielsweise den Bits Tagessmann, der 15.000 Bits kostet und damit das teuerste Item ist im ganzen Bits Shop. Den kann man hier zum Beispiel einfach für so circa 3 Millionen Coins im Auktionshaus kaufen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja Bits haben immer auch einen entsprechenden Wert in Coins. Und dafür habe ich einfach mal diese Tabelle hier erstellt, wo ich mal alle Items, die man im Bits Shop kaufen kann, aufgelistet habe, mit wie viel Bits sie kosten und was deren Durchschnittspreis im Auktionshaus ist. Und wenn man dann den Preis im Auktionshaus geteilt durch die Anzahl Bits, die das Item kostet, rechnet, dann bekommen wir einen Wert. Und damit bekommen wir im Endeffekt heraus, welches Item sich am meisten lohnt, um dann zum Beispiel mit Bits zu kaufen und nachher wieder zu verkaufen. Und aktuell sehen wir hier ganz unten ist es die Builders Wand. Die kostet 12.000 Bits im Bits Shop und geht im AHA aktuell für über 3 Millionen Coins weg im Schnitt. Hat also damit sowieso den grössten Geldwert umgerechnet von Bits auf Coins. Und ganz oben sehen wir den niedrigsten Wert hat das Hologramm. Also wenn ihr auf eurer Insel irgendwo einen fancy Text hinschreiben wollt, da kriegt ihr sowieso im Verhältnis zu dem, was es im Auktionshaus kostet und für das, was es im Bits Shop kostet, kriegt ihr gerade mal fast noch die Hälfte von dem, was ihr eigentlich bei der Builders Wand für die Anzahl Bits kriegen würdet, wenn ihr es eben im Auktionshaus verkaufen würdet. Und wir sehen auch ganz unten den Dungeon Sack. Den kann man leider nicht im Auktionshaus verkaufen, deswegen kann ich da auch keine genaue Angabe machen, wie teuer der jetzt ist. Aber ich denke mal, der wird sich auch irgendwo in der Mitte ansiedeln, sind wir sicher so vom Wert her. Aber man kann da keine genaue Aussage darüber treffen, wie viel jetzt ein Dungeon Sack wert ist. Man kann natürlich einfach die durchschnittlichen Anzahl Coins, die man bekommt bei den anderen Bits da irgendwie mit dazu rechnen. Aber da kann man auf jeden Fall so keine mathematische Angabe darüber machen, wie viel da die Bits jetzt wert wären vom Dungeon Sack in der Theorie. Das wären also so einfach mal die mathematischen Nutzen. Also wenn man wirklich, sage ich mal, die Bits nur dafür ausgeben möchte, um damit am Ende auch hier und die Coins zu kriegen, dann habt ihr hier auf jeden Fall jetzt gesehen, was ihr machen könnt oder wie ihr herausfinden könnt, was ihr am besten tut, damit die Anzahl Coins maximal wird durch die Ausgabe von euren Bits. Aber es gibt natürlich auch noch eine andere Sache, für die ihr Bits nutzen könnt, zum Beispiel sind das die City Projects. Ach, da gibt es zwar keine, aber ich denke mal, da werden bald neue kommen in den nächsten ein, zwei Wochen. Ich gehe auch stark davon aus, dass kommende Woche das neue City Project, die Bartender Brewery, release wird und dann wahrscheinlich eben auch der neue Zombie Slayer Boss. Mal sehen, was da dann auf uns zukommt. Aber es gibt noch etwas anderes, wo wir auch sagen können, ja, wofür geht man den Bits jetzt am besten aus? Und ich würde da tatsächlich sagen, dass ich meine persönlichen Einschätzungen sehr, sehr gut mit dieser mathematischen Tabelle decken, denn ich würde auch behaupten, dass die Builders waren wahrscheinlich etwas vom wirklich wichtigsten oder auch etwas vom praktischsten ist, wenn man die mal hat. Und dann gibt es ja aktuell noch einen anderen Grund, weswegen diese Items aktuell gerade auch so viel wert sind, denn wir haben ja auf Platz 2 den Minion-Strange-Expander und das hat wahrscheinlich folgenden Grund, dass ja der nächste Major, der kommt, der Derpy sein wird höchstwahrscheinlich, zumindest liegt er aktuell sehr, sehr stark vorne mit insgesamt 86% aller Stimme momentan. Der macht ja, dass eure Minions den doppelten Output haben, plus, dass ihr auch auf 50% mehr Skill XP bekommt und so weiter. Also auf jeden Fall ein ziemlich krasser Mage, der uns nächstes jetzt kommen wird wahrscheinlich und deswegen werden wahrscheinlich eben auch aktuell gerade Items, die etwas mit Minions zu tun haben, relativ hoch im Kurs sein, auch was die Bits-Umrechnung betrifft. Ich denke, je nachdem, was jetzt beim neuen City-Project rauskommt, dürfte es wahrscheinlich auch ein oder zwei neue Items wiedergeben im Bits-Shop und da muss man dann je nachdem natürlich auch nochmal das Ganze neu berechnen, nochmal neu anschauen. Aber ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video weitergeholfen hat. Wie gesagt, ihr könnt es natürlich auch selber ausrechnen. Vergesst nicht, es zu bewerten und falls ihr noch kein Abonnent dieses Kanals seid, dann lasst gerne ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Peace out. Peace out.